Ja, Gudele und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilienliebe, dem wertigsten Podcast über den SV Darmstadt 98. Ja, und Toni Seiler und Colin Mahnke sagen Gude. Wir haben die ersten zwei Ligaspiele und das DFB-Pokalspiel hinter uns gebracht. Zwei Niederlagen in der Liga, aber im DFB-Pokal sind wir weitergekommen. Toni, ich denke, das nehmen wir erst mal richtig, richtig gerne so mit und freuen uns einfach mal über diesen Sieg. Ja, Gude Colin, Gude da draußen. Sei doch ehrlich, wir haben jetzt gewartet, bis wir das erste Spiel gewinnen, bis wir wieder mit unserem Podcast weitermachen. Böse Zungen könnten sagen, es wäre so. Aber naja, müssen wir uns natürlich darüber sagen. Am Mikrofon. Wir reden natürlich lieber über was Erfolgreiches. Aber nett, dass uns hier jemand vorwirft, you're only record when you're winning. Ja, genau richtig. Ja, herrlich. Der hat sich so ergeben, wir waren ja ein bisschen im Urlaub. Genau, richtig. Ne, das sind urlaubsbedingte Gründe, deswegen kommen wir jetzt erst heute dazu. Aber natürlich ganz frisch, jetzt nach unserem ersten Sieg in dieser Saison im DFB-Pokal. Erste Runde übersprungen, die erste Hürde mit Ottensen. Und ja, da sind wir natürlich alle happy und freuen uns für die Jungs vor allem, für den Thorsten. Für alle, die da ganz eng an der Mannschaft dran sind, dass vielleicht dieser Rucksack jetzt etwas leichter wird. Absolut, auch unser eigener. Also wir haben es ja schon, ja, wie oft haben wir es gesagt, wie oft wir, nee, wie gerne wir mal wieder gewinnen wollen würden. Das ist jetzt endlich mal so. Weil ich kann schon jeden verstehen, der nach den zwei Niederlagen jetzt zu Beginn natürlich erst mal irgendwo schon wieder einen Frack voll hatte, sozusagen. Weil nach so einer Saison wie der letzten, naja, da hast du einfach nicht so das dicke Fell. Und ich glaube, das gilt für alle. Und wir werden da aber gleich nochmal ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Es gab ja auch in den Spielen gute Momente. Aber natürlich bist du es erst mal leid, nach zwei Ligaspielen schon wieder irgendwie zwei Niederlagen stehen zu haben. Und ja, von daher tut dieses 3-1 im Pokal natürlich gegen einen viel, viel klassentieferen Gegner, aber einfach gut. Ich meine, wir haben es letztes Jahr erlebt, da sind wir in Homburg rausgeflogen. Und auch sonst haben wir ja im DFB-Pokal schon immer mal uns auch schwergetan, siehe Astoria Waldorf und sowas. Also da sieht man ja auch, dass du durchaus rausfliegen kannst. Jetzt ja Magdeburg hat es gerade vorhin erwischt beim UFC. Hey, also bei aller Rivalität, da muss man auch mal sagen, ja, cool für den UFC. Da der Bersch ist da voll gewesen, geiles Fußballwetter. Und dann haben die ja auch jetzt da mal wieder irgendwie im Pokal mal was reißen können. Aber da sieht man halt mal, das ist wirklich nett ausgemacht, dass du da weiterkommst. Bochum hat es jetzt ja auch erwischt. Also ich bin einfach nur froh. 3-1, fertig, weiter geht es. Oder? Also da geht es dir doch ähnlich. Ja, absolut. Im DFB-Pokal zählt halt das Weiterkommen am Ende des Tages. Und dass solche Spiele auch immer undankbar sein können oder werden können. Das wissen wir, glaube ich, alle. Haben wir jetzt auch die letzten Jahre ab und an mal erlebt. Am Ende des Tages ist wirklich das Entscheidende, weiterzukommen. Und das haben wir geschafft. Ich glaube, das müssen wir auch so mitnehmen. Wir haben drei Tore erzielt. Klar haben wir auch eins bekommen, was wahrscheinlich die Jungs am meisten ärgert. Aber am Ende des Tages zählt eben das Weiterkommen. Und das haben wir geschafft. Du hast schon richtig angesprochen, die letzten Jahre. Vor allem im letzten Jahr. Das ist ja noch so ein bisschen aktuell zumindest vor diesem Spiel jetzt im Kopf gewesen. Aber da sieht man vielleicht auch den Unterschied. Jetzt haben wir schon zwei Ligaspiele gehabt, gell? Auch wenn wir sie verloren haben. Aber dann hast du zumindest schon mal zusammen auf dem Platz gestanden und kennst dieses Gefühl von einem Pflichtspiel wieder. Letzte Saison hatten wir es ja vor dem Saisonstart. Und dann kommst du aus der Vorbereitung in so ein Spiel rein. Dann ist es doch auch nochmal etwas schwieriger oder vielleicht etwas angenehmer für die unterklassige Mannschaft. Und so, glaube ich, haben wir jetzt auch in dem Spiel echt gute Phase gesehen. Natürlich auch schwierige Phase. Aber man muss sich immer vor Auge halten, dass da halt auch ein Gegner auf dem Platz ist, die halt auch Bock haben, weiterzukommen. Die da alles reinwerfen und dann aus deren Sicht Optimalfall dann über ihre 100-Prozent-Grenze kommen. Und den Schweinehund überwinde. Und da muss man dagegen angehen. Und ich glaube, das haben wir am Ende dann auch so erledigt. Und von dem her verdient gewonnen, verdient eine Runde weitergekommen. Und ich glaube, dieses Selbstvertrauen und dieses Gefühl jetzt des Sieges sollte man jetzt einfach mal bei aller Kritik, die man dann auch immer äußern kann, einfach mal mitnehmen. Mal wieder abends die Augen zuzumachen und zu wissen, hey, heute geil, haben wir gewonnen. Und jetzt hoffe ich, dass wir das irgendwo so ein bisschen mit in das Spiel gegen Nürnberg nehmen können. Ja, weil das, wir haben es ja schon angesprochen, und die berühmte beste zweite Liga der Welt oder der Geschichte oder was auch immer. Wahrscheinlich stimmt es diesmal wirklich. Also jetzt kommt mit Nürnberg ja der nächste Hammer, kann man schon fast sagen. Aber ich will zumindest noch einmal Riesenhut ab vor diesem Hammer von Kai Kleefisch. Also was ein geiles Ding, der da reingezimmert hat. Also sowas ist einfach, das ist beim Fußball doch einfach geil, oder? Also wenn du schon siehst, der nimmt da Anlauf und holzt den da einfach mal drauf und dann geht er nicht acht Meter übers Tor, sondern da oben in den Knick. Also richtig geil, also top, top. Gerne auch noch öfter sowas. Ja, absolut. Also das sind schon richtig geile Tore im Fußball. Und da schlagen die Herzen natürlich höher. Und das Schöne ist, ich habe natürlich in meinem Fußballerleben nie so einen Strahl gehabt, wie jetzt Kai Kleefisch. Und wahrscheinlich werden es manche da draußen auch nicht glauben können. Aber als ich mit 18 meine erste Vorbereitung beim VfR Aalen gespielt habe, hatten wir damals ein Testspiel gegen Straßburg. Damals erste Liga Frankreich. Wir haben damals 4-3 gewonnen und ich habe das 4-3 erzielt mit einem, eigentlich genauso, der Treffer war genauso. Aus 25, 30 Meter habe ich einfach gedacht, komm, ich habe jetzt keine Anspielstation mehr, jetzt schieße ich einfach mal. Und ich glaube, das war auch bis heute und wahrscheinlich davor der einzige Schuss, den ich jemals so getroffen habe in meinem Leben. Deswegen hoffe ich, dass der Kai da den vielleicht öfters drin hat in seinem Fuß. Aber das sind so Momente, die tun dem Gegner halt auch weh. Weil ich kenne das noch von unserem Spiel damals im Pokal gegen Bayern München, als Alonso ein ähnliches Ding rausholt aus seinem rechten Fuß und das Ding da oben in den Winkel zimmert. Und dann bist du wirklich dran und hast die irgendwie so ein bisschen am Rande der Verzweiflung. Und dann packt jemand so ein Ding aus und das fällt da oben dann rein. Das tut dem Gegner auch sehr weh. Und ich glaube, uns hat es unfassbar gut getan, was man dann auch gesehen hat. Und dann läuft es einfach so ein bisschen einfacher. Deswegen freue ich mich auch unfassbar, weil für einen Neuzugang ist das natürlich auch immer ein schöner Augenblick. Wenn ich so ein Ding da raushaue, der fällt da oben rein und gehe 1-0 in Führung, dann hat man auch gesehen, meiner Meinung nach, in der Jubeltraube, wie allen so ein bisschen, wie jeder sich so in Gedanken bedankt hat. Danke, dass es probiert hat. Und schön, dass es geklappt hat. Ja, wirklich. Ja, manchmal wirkt so ein Schuss ja auch so ein bisschen wie Verzweiflung, gell? Ja, klar. Da kann natürlich auch irgendwo Richtung HSV-Stadion fliegen, wenn es dumm läuft. Haben wir auch schon oft gesehen im Fußball. Absolut. Und da wird ja wieder gesagt, wie einfallslos kloppt der das Ding einfach drauf. So ungefähr, ja. Wie so oft, gell? Im Fußball dieses Gelaber. Ich meine, machen wir ja hier, wir labern ja auch. Aber auch mal ein ziemlicher Quatsch. Aber der ist gewollt. Hoffentlich ungewollt, sehr wenig. Aber was ich damit sagen will, es gibt immer diese zwei Seiten. Wie du sagst, das ist das beste Beispiel. Wenn der 8 Meter drüber geflogen wäre, wie der, was ist das? Keine Kombination. Was soll denn das? Hat der keine bessere Idee? Nee, ah ja. Und jetzt? Ah, ist doch geil. Hat der Mammut. Komm, das hat doch jeder schon mal erlebt. Das hat auch jeder schon mal erlebt. Auch ich. Wenn wir jetzt gerade drüber reden, dann fällt mir sofort eine Situation ein. Ich glaube, Man City war das. Ich glaube sogar, dass das Kompany war damals. Ja, ja. Der, glaube ich, aus 25 Metern mal so ein Ding da in den Winkel reingekauert hat. Ja. Weiß nicht, ob das in der Liga war oder in der Champions League. Das ist so, genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Der hat auf jeden Fall einen super Schuss gehabt. Der Kompany war nie. Ja, aber als er damals da angetribbelt ist und so diese Anstalten gemacht hat, jetzt aufs Tor zu schießen, habe ich so vor dem Fernseher vor mich hingeprabbelt. Lass es doch einfach. Also als Innenverteidiger aus 35 Metern, lass es. Das bringt nichts. Und dann haut er das Ding in den Winkel und dann sitzt du selber so auf dem Sofa und denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein. So einer, der so ein Ding da rauszimmert. Also, ja. Und wenn er wirklich dann seine 35 Meter rechts am Tor vorbeigeschossen hätte, dann wäre ich auch auf dem Sofa gesessen und hätte gesagt, ja, ich habe es dir gleich gesagt, lass es bleiben. Aber, ja, das ist halt das Schöne im Fußball. Ja, ja. Ja, das, deswegen, also Busy Gelaber, was heißt so Busy? Das Gelaber gehört ja auch einfach dazu. Das sagt hier mein FFH-Kollege, der Michael Maxen, der ja auch bei uns hier schon zu Gast war, der sagt das auch immer, ah, dieses Gelaber, ich liebe es. Oder ich hasse es, je nachdem. Man kann es auch mal hassen, aber man kann es auch oft lieben. Naja, was ich gern dich noch fragen will, Toni, wie gern, jetzt mal ernsthaft, wie gern hättest du, wenn du noch voll in deiner Bestform, voll im Saft, mit deinem Sixpack von hier, Zweitliga, Erstliga-Zeiten und so, wie gern hättest du gegen Alexander Vukotic gespielt? Ach, eigentlich schon gern. Ja, also ich habe solche eigentlich immer gemocht, weil ich glaube, die haben vor dem Spiel schon immer gedacht, okay, was will der Zwerg jetzt hier da neben mir? Aber ich habe mich immer das, also ich fand es, ich habe es immer geliebt eigentlich, weil solche Spieler haben dann grundsätzlich, ja, irgendwie verlernt zu springen, weil sie dachten, ja, der ist zwei Köpfe kleiner als ich, da kommt eh nichts. Und ich habe mich immer gerne in diese Spieler reingebohrt und umso enger ich drin war in ihm, also bitte jetzt nicht falsch verstehen, mit meinem Knie oder mit meinem Fuß, umso höher bin ich nachher gekommen. Also die konnten dann in mir hoch und ich habe mich praktisch, bin hochgeklettert sozusagen an dem Turm und habe da doch schon das ein oder andere Duell gewonnen. Also ich hätte, ich hätte, glaube ich, gern gegen ihn gespielt, weil, ja, mir hat so eine gewisse Härte im Spiel auch nichts, nichts ausgemacht. Das habe ich eher, hat mich eher anmotiviert und angestachelt, weil die haben sich ja auch in aller Regelmäßigkeit wehgetan. Ich habe mir schon gedacht, dass du das so antwortest, aber was ein Typ, also der ist ja auch so von der Ausstrahlung her, also im ganz positiven Sinne, also ich glaube, es gibt auch einige, die jetzt nicht so diese Mentalität und die Spielweise und die körperlichen Voraussetzungen so haben wie du, die dann sagen, oh nee, das tut schon weh, wenn ich den angucke. Naja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe ja auch mit vielen verschiedenen Typen an Spielern und Offensivspielern zusammengespielt. Ja, du hast die, die natürlich gern in jeden Zweikampf reinspringen, so war ich. Die sind dann vielleicht technisch nicht ganz so beschlagen und dann hast du halt eher die technisch versierten Spieler, die sind dann oftmals zumindest nicht ganz so zweikampfhart und denen hat man es dann schon immer angesehen. Wenn solche Spieler kamen, dann hat es, für den Vukotic macht das natürlich Spaß und mir hat sowas auch immer Spaß gemacht, weil du genau wusstest, okay, wenn ich den jetzt zweimal irgendwie so mit Ball treffe, dann macht der in der Regel in den 90 Minuten nicht mehr so viel. Zumindest nicht, wenn er mich sieht. Ja. Und das ist schon, glaube ich, ein extrem großer Vorteil auch für ihn und das muss er unbedingt so beibehalten. Der wird auch hin und wieder mal ein bisschen später kommen, dann gibt es halt mal den gelben Karton. Ist halt so, gehört dazu als Innenverteidiger. Ja, aber ich glaube, dass es viel wichtiger ist, da diese Ausstrahlung beizubehalten. Ja, absolut. Ich meine, fehlerfrei hat er jetzt ja auch nicht gespielt, ne, ist ihm dieses Eigentor passiert und der Fehlpass, wo der Otto da sich die Rote abgeholt hat und so, aber darum geht es ja nicht. Ich glaube, man hat gesehen, was der uns gibt, unserer Mannschaft, ne, Fehler passieren und wie du sagst, also dieses Komplettpaket ist, glaube ich, super, wie von vielen anderen von unseren neuen Spielern auch. Ähm, aber jetzt da hinten die langen Kerls da zu sehen, ne, Clemens Riedl übrigens, herzlichen Glückwunsch auch, ähm, äh, zum Wiederkapitän sein, ne, hat er schon mal die Binde getragen, aber in einem Pflichtspiel jetzt, äh, das erste Mal, äh, richtig, richtig cool, äh, finde ich das. Und, ja, ne, wenn du dann halt guckst, wer da irgendwie in der Innenverteidigung, äh, auch spielt und wen wir da noch haben, wir haben Christoph Zimmerwarmen, wir haben, äh, Maklitzer, ne, klar, Jasula hat ja auch da hinten gespielt, das sind ja alles die kopfweilstarke Jungs, dann hast du noch Kleefisch, Will, die auch nicht die kleinsten sind, also wir sind, wir haben schon echt, also Größen, also Größe haben wir, Wilhelmsson, Lakenmacher, die sind alle, Hornby, die sind alle groß, ne, das ist schon, ist schon auch ein Pfund. Ja, absolut, also du musst halt schauen, dass du die, die Vorteile, ähm, die dir die Größe da auf den Positionen bringt, dann auch, ähm, für dich nutzen kannst, ähm, finde ich haben wir noch nicht ganz so geschafft, aber wir sind, ja, jetzt auch erst, äh, Spieltag drei jetzt am Wochenende in der Liga und, ähm, erste Runde DFB-Pokal haben wir jetzt gesehen, ähm, für mich sind, sind solche Spieler immer extrem cool, wenn ich gute Standards hab, und die haben wir in der Regel auch, oder hoffe ich, dass wir die bald wieder haben, und natürlich, wenn du gegen Gegner spielst, die versuchen eben, hinter die Abwehr zu kommen, oder mit langen Wellen operieren, dann ist sowas extrem gut, wenn du eben hinten solche, äh, Kaliber hast, die eben dann die Kopfballduelle für sich entscheiden, auch im, im defensiven, ähm, Standardsituation zu verteidigen, hast du natürlich da extreme Vorteile. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch immer wissen, und das haben wir jetzt auch schon erlebt, ist es für solche Spieler natürlich auch etwas schwieriger, wenn es schnell am Boden geht, weil in der Regel sind die Spieler dann, von der Geschwindigkeit zumindest her, den kleineren Offensivspielern dann manchmal etwas nachteilig, klar, haben sie eine große Reichweite und können vielleicht dann nochmal die Blutgrätsche ansetzen, aber die, ja, verspricht natürlich auch immer ein bisschen Risiko. Deswegen glaube ich, ist es nicht, ähm, der ausschlaggebende Punkt, warum wir jetzt dann in der zweiten Liga vorne mitspielen, nur weil wir vielleicht die größten Spieler haben, aber man kann diese, diese Größe eben gut einsetzen in verschiedenen Situationen und versuchen, für sich zu nutzen. Ja, genau. Und was ich auch vielleicht noch abschließend sagen möchte, jetzt unabhängig von der Größe, weil du es angesprochen hast, dass er ja, dann auch jetzt mit dem Eigentor irgendwie ein bisschen unglücklich war, und in der einen oder anderen Situation noch nicht alles so gepasst hat. Man muss halt eins, und das darf man nie vergessen, und so geht es ja unseren Jungs auch, er kommt ja, sage ich mal, auch mit einem Rucksack des Abstiegs zu uns. Und das schüttelst du nicht einfach mal irgendwie an der Stadtgrenze ab, sondern du musst dir dieses Selbstvertrauen eben wieder erspielen. Und das haben wir bisher leider jetzt erlebt an den ersten beiden Spieltagen. Wir hatten super Phasen in den Spielen und hatten aber auch schlechte Phasen in den Spielen. Und diese schlechten Phasen haben uns dann im Prinzip die Punkte gekostet und einzelne individuelle Fehler natürlich. Und die kommen auch nicht von ungefähr. Also die Jungs können alle Fußball spielen, die spielen nicht umsonst hier bei uns Darmstadt 98. Aber die müssen halt praktisch ihren Rucksack, den sie alle irgendwie von der letzten Saison mitgebracht haben, den müssen sie sich halt peu a peu selber lernen sozusagen mit guten Aktionen, mit dann auch Siegen, wie wir es jetzt am Wochenende hatten, mit guten Trainingsleistungen, da einfach diese Sicherheit wieder zu kriegen. Und ich vertraue im Torsten und der Mannschaft. Und dafür sind die Ansätze jetzt einfach zu gut gewesen, dass irgendwann der Punkt kommt, wo sich alle Jungs von uns dann irgendwo davon befreit haben. Und hoffentlich dann mit dem ersten Ligasieg oder den ersten zwei, drei Siegen dann wieder in so ein Verständnis kommen, in das, ja, wir es ja alle sehen wollen und das ja alle drauf haben mit Sicherheit auch. Da freue ich mich einfach drauf, wenn die Jungs dann ihre ersten Schritte machen sozusagen. Ja, freue ich mich auch. Bin ich auch sehr gespannt. Auch jetzt im Pokal hat ja auch der Andi Müller, von dem ich auch echt viel halte. Ich mag den einfach. Ich mag so Spieler, der fordert immer den Ball mit irgend so einer, manchmal so ein bisschen wie Fabi Schnellhardt, so ein bisschen mit so einer kleinen Wendung, zack, zack, verschafft er sich da Platz, hat eine super Übersicht. Und der hat jetzt da ja in der Innenverteidigung gespielt, in Ottensen oder gegen Ottensen vielmehr. Und der ist ja in der Innenverteidigung da einfach ein kleinerer Spieler. Aber dann sind da Riedl und Vukotic, die dann da die Kopfballduelle gewinnen. Aber das fand ich auch mal interessant. Klar, ist auch nicht alles fehlerfrei gelaufen, aber ich fand das in mir einen klugen Schachzug. Und bin ich mal gespannt, ob das vielleicht auch was für die Liga ist oder ob das jetzt hier mal gegnerbezogen war. Oder ob das jetzt ein einmaliger Versuch bleibt oder eben nicht. Aber Toni, bevor du vielleicht darauf was sagen willst oder ich auf jeden Fall gleich noch was zu unseren Stürmern sagen möchte. Bitte, liebe Leute, mal an der Stelle gerade der Hinweis, bitte folgt uns doch gerne mal bei Spotify oder Apple Music. Das haben viele gemacht, aber ich glaube, viele, die uns hören, vergessen es dann immer. Weil hin raus, da hört man vielleicht nicht mehr so zu oder macht dann irgendwie was anderes. Deswegen an dem Punkt, mach das doch gerade mal. Würde uns freuen, weil je mehr Leute uns hören, desto besser ist es auch, desto mehr wird es auch gesehen. Also gerne bei Spotify zum Beispiel folgen, diese berühmte Klingel drücken, dann kriegt ihr auch immer mit, wenn eine neue Folge kommt. Und ja, würde uns auf jeden Fall freuen. Und gerne die Folgen auch immer teilen. Weil es gibt nach wie vor Lilien-Fans, die sagen, ja, ja, aber ich weiß gar nicht, ob ein Podcast sowas für mich ist und so. Ich müsste es immer ausprobieren und dann vergessen es manche, glaube ich, auch irgendwie mal wieder. Deswegen einfach mal den Kumpels Bescheid sagen und so weiter. Wird uns sehr, sehr freuen. Ja, so. Toni, ja, Stürmer. Williamson hat auch wieder getroffen. Ja, das ist so im Moment so eine kleine Versicherung. War, glaube ich, auch schon, oder das hat sich so ein bisschen angedeutet, sage ich mal, während der Vorbereitung. Da habe ich auch viele Kommentare gelesen, dass er so ein bisschen, glaube ich, so unser Zugpferd auch darstellen soll in der Offensive, zumindest zu Beginn. Weil bei Neuzugängen natürlich immer auch ein Faktor Zeit irgendwo mitschwebt. Also der eine oder andere funktioniert halt relativ schnell. Manche brauchen eben so ein bisschen Anlauf. Andere schaffen es auch nie. Also im Fußball ist ja alles irgendwo ein Stück weit möglich. Man sieht ja oft die wildesten Dinger, die man vielleicht mal im Trikot von Darmstadt 98 gesehen hat. Und da hat gar nichts funktioniert. Und dann wechseln sie und auf einmal funktioniert alles. Liegt natürlich nicht nur an Darmstadt 98. Sehen wir ja überall in der Fußballwelt. Wie sowas dann manchmal irgendwie, keine Ahnung, vom Kopf her, vom Wohlfühlen her, was auch immer, was da passiert, dann hier und da besser und schlechter funktioniert. Aber ich glaube, wir haben super spannende Spieler, meiner Meinung nach, die vor allem noch sehr viel Potenzial haben. Die natürlich jetzt mit den zwei Neuzugängen, die wir jetzt noch kurzfristig bekommen haben, auch nochmal an Quantität aktuell und mit Sicherheit auch an Qualität einfach nochmal ein Schippchen dazubekommen. Sagen wir es mal so. Aber auch da gilt eben, man muss sich reinfinden, man muss es zeigen. Und das zumindest, was ich bis jetzt gesehen habe, wenn ich jetzt einen Williamson natürlich angucke, wo die Qualitäten natürlich auch schon letztes Jahr oftmals gezeigt hat, wo natürlich auch nochmal ein paar Schritte machen muss. Aber der Junge ist jung einfach und der kann sich das jetzt auch nicht aus dem Ärmel schütteln, sondern er muss sich auch über Selbstvertrauen, über Tore gerade, die er jetzt dann ja auch schon hat, sich das erarbeiten muss. Und bei Lakenmachern gefällt mir eigentlich sehr gut, dass er viele Chancen hat. Und das ist eigentlich das Entscheidende als Stürmer, dass du in diese Chancen kommst. Und wenn ich mir dann seinen Kopfball angucke, denn der Tor war da überragend von der Linie kratzt, dann ist das so eine Situation, die einfach wehtut, weil dieser Kopfball diese ganze Aktion einfach ein Tor verdient hätte und wahrscheinlich auch so einen Knoten gelöst hätte. Weil das tut einfach gut, wenn du dann ein Tor machst und weißt, okay, ich kann es irgendwo oder ich kann es hier auch, weil er hat es ja schon woanders bewiesen. Und das sind so Kleinigkeiten, die hoffentlich dann schnell kommen, weil wir wissen es dann am Ende auch wieder alle, umso länger das dauert, umso größer wird der Rucksack. Wir haben es bei Luca letztes Jahr gesehen, einfach unfassbar, wie lang man dann warten muss und was sich da aufbaut, also auch mental, wie schwierig das dann ist. Auch für einen Frazier zum Beispiel, der tolle Aktionen hatte dann in der Liga, der mit Sicherheit in der einen oder anderen Situation dann auch Pech hatte. Und das sind so Kleinigkeiten, wo wir einfach hoffen oder wo wir hoffen müssen, auch für ihn, dass es so schnell wie möglich dann einfach mal so ein Ding da reinrollt. Die Zeit tut weh. Gerade im Fußball habe ich natürlich unter der Woche ganz viele Chancen, aber Training und Spiel ist dann am Ende halt nicht vergleichbar. Und es sehen halt die wenigsten, wenn ich unter der Woche von 100 Schüssen dann 75 reinhaue und am Wochenende habe ich halt nur zwei und die hält den Torwart gut oder gehen gegen Pfosten oder vorbei, dann interessiert es halt keinen Mensch mehr, was unter der Woche dann passiert ist. oder nächste Woche unter der Woche passiert. Es muss halt am Wochenende, ja, manchmal auch einfach mit einem Quäntchen Glück dann einfach passieren. Ja, genau. Da bin ich, also ich finde, den Abschluss vom Oscar hat man ja oft gesehen, dass er in vielen Situationen, wenn er in diese Situation kommt und nicht gestört wird, dass er eiskalt ist im Abschluss. Das hat ja, glaube ich, auch Thorsten schon mal auf PKs gesagt. Ich habe mich bei der Saisoneröffnung mit unserem Co-Trainer unterhalten und so. Dieser Abschluss von Oscar ist einfach mega. Er wird oft gelobt und ich glaube, das wird ja auch immer besser, wie du sagst. Er ist auch noch so jung und so und ja, einfach super. Ja, und jetzt bin ich auch mal noch auf unsere zwei letzten Neuzugänge gespannt. Kilian Corridor, finde ich schön aus persönlicher Sicht, dass wir wieder einen französischen Spieler haben. Und Isaac Littberg haben ja auch schon zum 3-1 beigetragen. Bin ich mal sehr gespannt. Gerade Kilian hat ja in der zweiten französischen Liga ganz gut genetzt und so. Also bin ich, ja, freue ich mich jetzt gegen Nürnberg. Ja, sprechen wir am Ende natürlich drüber. Christian Martenia hat jetzt ja im Pokal gespielt und hat da auch im Elferschießen eingehalten und so, ja, die nächste Saarbrücker Pokalreise leider verhindert. Ja, aber hat mich total für ihn gefreut. Wie gesagt, sprechen wir am Ende der Folge drüber. Denn, Toni, wir haben natürlich auch diese Folge, oder was heißt natürlich, aber wir haben diese Folge auch wieder ein Kultstadion. Und das ist diesmal eins, was du ausgesucht hast. Ja, tatsächlich habe ich dieses Mal die Ehre, ein Kultstadion auszusuchen. Und da habe ich natürlich eins genommen, in dem ich auch schon mehrfach gespielt habe. Und zwar die Bremer Brücke in Osnabrück, mein Freund. Jawohl, ganz genau. Und da stimme ich natürlich sowas von zu. Das ist, also, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass das absoluter Kult ist in Deutschland. Denn es ist, musst du jetzt gleich mal aus Spielersicht natürlich beschreiben, das ist natürlich irgendwie unvergleichlich da. So eng und irgendwie auch so, weiß ich nicht, so nach und nach gewachsen mit dieser einen neueren Tribüne, dann rundherum die ein bisschen älteren, irgendwie so flach und eng. Und ja, ich glaube, als Spieler, also das ist, also man sagt man ja öfter mal so, ja, in diesem und jedem Stadion ist es nie besonders. Aber ich finde hier, also da stimmt es zu 100 Prozent, oder? Ja, ich musste natürlich, und das kannst du nachvollziehen und ihr da draußen wahrscheinlich auch, so ein Stadion nehmen, weil für mich ist das so noch richtig Fußball, richtig Kult. Und ja, es ist einfach richtig geil, dort zu spielen. Wobei als Spieler du die Stadien anders einteilst, muss man schon sagen, also ich zumindest. Also, wenn ich jetzt an die Bundesliga-Saison denke, dann ist es eher dieses Beeindruckende, okay, es sind Riesenkessel und du hast einen anderen Zugang zu solchen Stadien. Also, du fährst halt nach Leverkusen und dann fährst du da halt unten in die Tiefgarage rein. Du fährst jetzt nach München und fährst dann irgendwie hinter das Stadion unten ran und gehst dann durch den großen Eingang in den Spielerbereich. Das ist aber eher so, ja, wie so eine, wie soll ich sagen, wie so eine Sightseeing-Tour fühlt sich manchmal an, wenn du in so ein Bundesliga-Stadion fährst. Weil, wenn du es nicht gewohnt bist und du spielst zum ersten Mal da, dann ist so schon diese Reise, ist das schon wert. Weil einfach irgendwie diese Zugänge dir sonst verschlossen sind. Ja, sozusagen. Und ich finde dann andere Stadien wie Saarbrücke, wie Osnabrück, was ich jetzt gewählt habe, da fährst du hin und denkst nicht zwingend nur an das Stadion, sondern du denkst an die Kulisse, die dort herrscht. Das ist eigentlich so das Erste, was dir in den Kopf kommt. Und dann verbindest du solche Stadien, in denen du mehrfach gespielt hast, die für dich geil sind, verbindest du gleichzeitig aber noch mit Ergebnissen, die du dort erlebt hast. Und manchmal findet jemand ein Stadion brutal geil, weil er nur die Atmosphäre bewertet. Und der andere sagt, ich hasse dieses Stadion, weil ich habe dort noch nie gewonnen. Und so teilt das irgendwie jeder Spieler für sich anders ein, logischerweise. Obwohl jeder am Ende wahrscheinlich sagt, boah, das ist ein geiles Stadion, weil da ist immer gute Stimmung und es ist immer ausverkauft. Findet es der eine halt cool und der andere sagt, nee, da fahre ich nicht gern hin, weil da habe ich noch nie gewonnen. Und ich war derjenige, der das immer auch so ein bisschen gewichtet hat nach, okay, was habe ich in diesen Stadien bisher erlebt. Also ich habe mich immer auf die Kulisse gefreut, aber ich habe natürlich auch immer so die letzten Spiele noch in Erinnerung gehabt. Und da war für mich Osnabrück eben rein fußballstadion-technisch und fantechnisch immer geil zu spielen, weil du bist da halt nochmal ganz anders motiviert, wenn du jetzt in so ein Stadion fährst, wo du weißt, okay, da brennt es heute Abend oder mittags oder wann auch immer das Spiel war. Und habe aber gleichzeitig auch gewusst, okay, fuck hey, wie oft habe ich dort gewonnen? Leider noch nicht oft, aber scheiße, heute ist das erste Mal. Also es stachelt dich natürlich dann auch nochmal ein bisschen an. Und ich habe einfach an Osnabrück, sage ich mal, ergebnistechnisch jetzt nicht immer die besten Erinnerungen gehabt, aber es hat einfach immer unfassbar viel Spaß gemacht, da vor dieser Kulisse in diesem engen Stadion und einfach dieser Fight auch, weil Osnabrück auch immer eine Mannschaft war, die halt auch sehr viel über Kampf und Leidenschaft gekommen ist. Und du hast das da einfach gespürt in diesem Stadion, dass die Fans das erwarten und dass die Mannschaft das auch umsetzen möchte unbedingt. Und ja, ich liebe halt, ich habe es halt geliebt, wenn es gebrannt hat und wenn der letzte Zweikampf dann irgendwann meiner war, das habe ich geliebt. Ja, du hast mit Heidenheim und Lilien da gespielt und tatsächlich leider kein Mal dort gewonnen. Also es zeigt, es ist nicht so leicht, es ist nicht so leicht. Und ja, wir haben die Stadionssprecher diesmal, die sind zu zweit, Matze und Carsten. Die haben unsere Fragen beantwortet und uns auch wieder Sprachnachrichten geschickt. Und bevor wir dann mal schauen, wie viele Punkte ihr gegeben habt und wie viel Toni du und ich jeweils geben, das gucken wir gleich. Aber ja, wir freuen uns jetzt erst mal auf die erste Frage beziehungsweise die erste Antwort aus Matzes Sicht. Das deckt sich natürlich so ein bisschen mit dir, Toni, gerade. Was zeichnet die Bremer Brücke denn aus? Ja, hallo Toni, hallo Colin und natürlich auch hallo liebe Lilien-Fans. Erst einmal schön, dass wir hier bei eurem Podcast dabei sein dürfen. Ja, was zeichnet die Bremer Brücke aus? Oder für mich persönlich, was gibt es nirgends woanders? Das ist natürlich einmal diese unglaubliche Enge zum Spielfeld von allen vier Tribünenseiten. Auch die Gäste-Fans stehen bei uns ja immer sehr, sehr gut überdacht und auch nah dran. Und dieses Stimmungsvolle, dieses typisch englische Stadion, was es ja in Deutschland leider nicht mehr so viel gibt, weil viele Stadien mittlerweile gleich aussehen, am Weißbrett entworfen, sage ich immer so im Spaß. Das zeichnet für mich nach wie vor dieses Stadion aus. Ich sage mal, es ist unsere DNA. Da stehen Jung und Alt dicht beisammen oder auch sitzen eng beisammen. Und das ist, finde ich, fast einzigartig in Deutschland. Früher war es der alte Tivoli. Ihr habt auch ein enges Stadion, natürlich. Aber diese Enge, wie wir es haben, das ist schon einzigartig. Und das zeichnet die Bremerbrücke einfach aus. Ja, das stimmt. Da muss ich direkt mal zum Gäste-Blog was sagen. Nehme ich auch schon so ein bisschen vorweg, weil, ja, also, der ist zwar auch, sagen wir mal, original, aber ey, das ist schon so ein bisschen wie ein Käfig da. Muss man leider sagen. Gerade wenn da noch Flaggen im Einsatz sind und so weiter, da ist es da wirklich krass eng, du hast Probleme, was zu sehen, weil man kaum mal nach links und rechts so ein bisschen ausweichen kann. Da ist die Enge gerade wieder der Fluch. Aber nah dran ist man, das stimmt. Aber die Toiletten muss man sagen, also, gut, ich hatte es auch schon wieder ein bisschen her, seitdem ich da war. Aber so Toilettensituationen, Katastrophe da und so ein bisschen mehr Gastronomie könnte auch sein. So, aber das an sich da einzulaufen und direkt an dieser Ecke zu stehen, das ist schon richtig cool. Also, muss ich sagen, ich war auch mehrfach da. Aber gut, wir, ja, eben, wir haben ja auch einige Schlachten geschlagen. Und, ja, das aber mal zum Negativen. Und ansonsten, ja, bestätige ich das einfach so, ne? Das ist schon wirklich so dieser englische Flair irgendwie. Ja, aber ihr habt es vielleicht auch gesehen bei mir in der Story. Nochmal aus nächster Nähe. Da fehlt jetzt ja gerade ein Dach, ne? Über der, ähm, Stimmungs, äh, über dem Stimmungsbereich auch noch, ähm, weil da ja so ein bisschen Statikprobleme aufgekommen sind. Und da, ähm, sagt uns jetzt der Carsten mal, äh, wie denn der aktuelle Stand ist. Ja, es ist schon ein seltsamer Anblick. Die Ostkurve, seit über 40 Jahren Heimat von 5000 enthusiastischen Fans, die unter einem Dach versammelt sind. Auf einmal nackt, mit freiem Blick auf den Himmel. Nach dem abgesagten Spiel gegen Schalke 04 wurde das Dach ja in Rekordzeit abgetragen. In der Sommerpause auch noch die Träger. Und dementsprechend ist dort jetzt eine unüberlachte Fantribüne. Und da hat man erst gedacht, Dach ist weg und da gibt es keine Stimmung. Oder zumindest wird es leiser. Äh, Puste gucken. Also in den letzten Spielen hat die Ostkurve richtig Gas gegeben. Und ich muss sagen, ich bin da angenehm und positiv überrascht, dass dort, äh, weiterhin unheimlich viel Raw auf das Feld kommt. Und, äh, ich hoffe, dass es so weitergeht. Trotz des relativ überschaubaren Starts in die dritte Liga. Ja, nach und nach soll der Stadion renoviert werden. Die, äh, Ostkurve war erst der Anfang. Die Südtribüne und die Westtribüne, wo auch die Gästefans untergebracht sind, werden noch folgen. Und es wird später ein modernisiertes Stadion geben, was leider nur 16.000 Zuschauern Platz bietet. Ist natürlich ein bisschen schade, aber das Stadion ist, wie gesagt, in einem Wohnzentrum, in einem Wohngebiet. Und, äh, es ist dort baulich nicht möglich, dort dann mehr Zuschauer unterzubringen. Ein vorrangiges Ziel des VfL war ja auch, mehr Erlöse zu erzielen aus den VIP-Plätzen. Denn man hat bislang gerade 750 VIP-Plätze. Und das ist natürlich viel zu wenig für die zweite Liga und auch für die dritte Liga. Und dementsprechend hat man vor, dort die Kapazität auf 1.750 zu erhöhen. Ja, klar. Auch da macht dann der, ja, sagen wir mal, die Erneuerung nicht halt, ne? Kennen wir ja auch, dass wir so ein bisschen mehr, ja, Vermarktungen einfach auch gebraucht haben. Oder einfach, es war auch einfach viel, viel mehr Interesse da, ne? Von irgendwie Business-Partnern oder so. Dem muss man ja dann schon auch gerecht werden. Ähm, aber auch interessant. Schöne Grüße an meinen alten Osnabrücker Kumpel, den Fabian Flore, der hat mir auch noch ein paar schöne Sachen gesagt. Auf der Südtribüne hat er mir erzählt, sind da die Sitzschalen, zum Beispiel aus dem alten Ulrich-Haberland-Stadion, aus Leverkusen, ja? Die da Anfang der 2000er angebracht wurden. Auch wusste ich überhaupt nicht total irgendwie spannend, ne, wie dann so Recycling unter den Stadien manchmal betrieben wird. Wir hatten ja am alten Bölle die alte Anzeigetafel noch. Toni, die kennst du, glaube ich, auch noch, ähm, aus dem Olympiastadion in München. Also, so, äh, gehen doch da auch so Sachen hin und her. Ja, und, äh, an der Stelle sagt der, sagt der, sagt der, sagt der Fabian auch hier, eskaliert durch die Enge. Und das Publikum, ähm, ja, kann schon, äh, beziehungsweise kann es immer mal so ein bisschen, in Anführungsstrichen, eskalieren, was so die Stimmung und so weiter angeht, ne, wenn da der berühmte Funke überspringt. Und insbesondere an Freitagen in der Dämmerung und der Flutlicht, das hat er so schön gesagt, das ist die Zeit der Brücke. Das ist, äh, doch richtig, richtig cool gesagt. Ja, Flutlicht, ähm, das ist da natürlich auch, äh, nochmal was Besonderes, oder was, was meinst du, Toni? Ja, insgesamt im Fußball, glaube ich, egal in welches Stadion du, äh, fährst, Freitagabends, ähm, hast du immer ein, ein besonderes Flair. Klar, ähm, in solchen Kultstadien natürlich nochmal ein Stück weit mehr und da hofft immer jeder auf die, auf die Auslosung, dass man, äh, so ein Spiel dann vielleicht an einem Freitagabend erwischt. Ähm, vielleicht nochmal kurz auf die Sitzschalen zurück. Es ist ja in der heutigen Zeit, ähm, ja, super geil, wenn die Sachen, äh, weitergegeben werden und nicht irgendwie auf dem, auf dem Müll landen. Dennoch müsste man sich vielleicht überlegen, wenn man die Leverkusener Schalen von Anfang 20 nimmt, äh, oder Anfang 2000, besser gesagt, dann, ähm, ja, hat es vielleicht auch damit zu tun, warum man aktuell in der dritten Liga spielt. Vielleicht sollte man mal anfragen, ob man die neuen Schalen, äh, übernehmen darf. Ja. Vielleicht bringt das ein bisschen was. Ich wette auch, wenn du so an diesen, an diesen, an diesen, an diesen Sitzschalen so reibst, äh, und den Staub, das kannst du auch nehmen als Aspirin. Ja. Wenn du einen dicken Kopf hast, dann am 8.4. Du darfst halt nicht den Sitz vom Christoph Daum erwischen, gell. Ja, ich weiß auch nicht. Reihe 7, Sitz 8 auf der Südtribüne da, der guckt immer so komisch nach sich. Da bringt das alkoholfreie Bier auch nichts mehr in der Polizeikontrolle. Ja, also, äh, weiter geht's mit der, äh, der nächsten Frage, ja, bezüglich der, Lieblingsrituale, ähm, von Matze und Carsten, finde ich ja auch immer so aus, äh, Stadionsprechersicht, äh, sehr interessant. Also, der Matze sagt, er hat, ähm, bevor, oder vor, äh, auf dem Weg zum Stadion hört er immer dieselben Spiele, äh, dieselben Spiele, sag ich schon, dieselben Lieder, ne, äh, VfL-Lieder und Toten Hosen und, ja, im Stadion dann. Im Stadion setze ich mich auch immer ganz kurz, wenn die ersten Vorbereitungen getroffen sind, wenn die Musik läuft, wenn ein Laptop angeschlossen ist, dann setze ich mich noch mal kurz unterhalb unserer Sprecherkabine auf die, äh, WIP-Plätze, wenn das Stadion quasi noch sehr, sehr leer ist oder auch gerade es geöffnet wird, äh, äh, setze mich noch mal zwei, drei Minuten hin, gucke noch mal ganz in Ruhe, einfach durchs Stadion, ähm, ähm, und, äh, versuche so eine Ruhe zu finden für mich. Das ist so immer mein Ritual, äh, was ich quasi seit 23 Jahren mir so angeeignet habe. Mein Ritual, das ist ganz klar vor dem Spiel, postiere ich mich, äh, genau an der linken Kante des Strafraums an der Ecke und, äh, dann kommt es zur Begrüßung der einzelnen Kurven oder Tribünen und, äh, äh, mein Kollege macht dann halt die Nordtribüne, die West- und die Südtribüne und dann hole ich tief Luft und mal rekorde ich, glaube ich, bei 13, 14 Sekunden, wo ich dann eben halt folgendes intoniere. Ooooooooh, die Oskurve! Ist natürlich jetzt ein bisschen in der Miniversion gewesen, aber dann geht es los, dann schreien 5000 Leute, VfL, VfL, die Südkurve, beziehungsweise die Oskurve ist dann in Stimmung gebracht und dann kommen eben halt die Spielernamen einzeln aufgezählt und das ist eigentlich ein festes Ritual seit vielen Jahren. Dankeschön, das war überragend. Das ist natürlich in der Miniversion intoniert, aber das war der Carsten, äh, also ich kann es mir schon sehr gut vorstellen, ne, gerade, äh, das, 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 das macht schon, das macht schon, macht schon was her, glaube ich, und vor allem, Toni, die haben es ja gerade angesprochen, der Matze macht das jetzt schon 23 Saisons und der Carsten 25, das ist ja der Wahnsinn, oder? Das ist ja unglaublich. Also haben die, waren die jedes Mal da, wenn ich gespielt habe dort, das ist sicher. Ja, absolut. Ja, das ist schon, so eine Kontinuität zu haben, schafft, glaube ich, auch viel Vertrauen und dann ist dieses Zusammenspiel eben vor dem Spiel, äh, in Verbindung mit den Fans, äh, und natürlich auch mit den Spielern, ich will gar nicht wissen, wie viele verschiedene Spieler die jetzt erlebt haben dort, ähm, ist natürlich dann was Besonderes. Ja, absolut. Ja, ich mache es jetzt ein bisschen länger als sechs Jahre und das ist schon eine, ne, ne, eine krasse Zeit, aber 23 und 25, also Riesenrespekt, äh, an der Stelle an euch beide. Ja, und dann haben wir noch zwei Themenblöcke und zwar natürlich, äh, Anekdoten über die, ähm, Bremer Brücke und zwar, äh, hat der Carsten hier was und das, äh, finde ich schon auch lustig. Oh ja, es war der 30.11.2019, da stand das Zweitligaspiel gegen den Hamburger Sportverein an und, äh, traditionsgemäß holen die Hamburger immer, naja, fast immer null Punkte in Osnabrück und, äh, das war auch an dem Tag soweit und der VfL führte mit 2 zu 0, äh, dann kam aus der Nachbarkabine, da sitzt nämlich die Polizei, die Meldung, dass wir bitteschön den Sonderzug der Hamburger ankündigen sollten, der dann gern Hansestadt fahren sollte. Das Ganze fand so in der 69. Minute statt, also ein bisschen früh und wir sollten das eigentlich dann sofort durchgeben, haben wir auch gemacht und dann kam schon so ein bisschen Gelächter und Rauen im Stadion auf und die Hamburger Kollegen von der Bild-Zeitung, Barbeck Milani und Kai Hesse haben daraus eine Schlagzeile für Seite 1 gemacht. Also wir fanden das in der 75. Minute auf Bild-Online dann eben halt, äh, als ganz, ganz große Schlagzeile Osnabrücker Stadionsprecher verspottet den HSV. Also das war schon, äh, eine recht, äh, süffisante Angelegenheit und, äh, dabei gar nicht, überhaupt gar nicht böse für uns gemeint. Wir haben halt eben nur das ausgeführt, äh, was uns eben mitgegeben worden ist als Aufgabe, ja, und, äh, das hat ganz schöne Schlagzeilen gegeben und Wellen geschlagen, aber letztendlich mit ein paar Jahren Abstand lacht man darüber. Allerdings eins ist gleich geblieben, der HSV holt weiterhin keine Punkte in Osnabrück, auch in der letzten Saison nicht. Das ist ja auch gut, oder? Stell dir vor, du bist ja im Stadion und kriegst schon in der 70. oder was, um die Ohren gefeuert, ja, euer Sonderzug übrigens. Also, manchmal ist es überragend, ne, und wie er sagt, er kann ja nichts dafür. Das ist echt geil. Kriegt man sowas auf dem Feld mit? Ne, ne? So Durchsagen in der Regel nicht. Ne. Also du bist dein, also klar, ähm, wenn jetzt irgendwie ein Eckball wäre oder so, dass man dann irgendwie so mal ein bisschen was mitkriegt am Rande, aber man, ja, schaltet eigentlich komplett ab. Ja. Oder, hört da gar nicht drauf. Ja. Gut. Dann, ja, wir spielen jetzt aktuell nicht in derselben Liga, aber ich persönlich wünsche Osnabrück an der Stelle sowieso schon mal alles Gute, dass ihr demnächst wieder hochkommt und wir natürlich drinbleiben, mindestens mal. Und, ja, wenn wir mal wieder in einer Liga spielen, der Auswärtsfahrertipp jetzt von den Locals und, äh, der kommt von Matze. Ja, unbedingt in die Osnabrücker Altstadt gehen. Am, äh, Heger Tor haben wir ja die Joe-Annox-Sportsbar, die ja benannt worden ist nach unserem Rekordspieler Joe-Annox, der jetzt Trainer in Regensburg ist. Nach ihm ist ja auch die Joe-Annox-Kindertribüne im Stadion benannt. Ähm, der hat damals diese Kneipe, diese Sportsbar zusammen mit, äh, einem anderen Gastronomen eröffnet und, ähm, sein Name hängt da immer noch dran und, ähm, das ist ein Geheimtipp, äh, für Auswärtsfahrer, wo man auch verweilen kann, wo man auch entspannt sein Bier trinken kann, sicherlich auch als Gäste-Fan. Ähm, genauso, ähm, wenn man essen geht, in die Marktschenke, das ist auch in Osnabrücker Altstadt, äh, am historischen Marktplatz und da kann man so mal die Osnabrücker Altstadt kennenlernen, die sehr historisch ist und auch sehr schön ist. Ja, Joe-Annox, das ist natürlich auch jemand, der für ein VfL Osnabrück steht, äh, gegen den hast du dann, hast du auch noch, hast du gespielt, ja, der hat noch gespielt da, oder? Boah, ich, da bin ich mir jetzt tatsächlich nicht sicher. Ich, 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 könnte es mir vorstellen, aber. Ja, vielleicht, vielleicht so beim, eher in seinen letzten Zügen, das kann sein, ne, aber, ja, also der natürlich steht für ein VfL, wie, wie kaum, also ich, ich weiß nicht, äh, so Thomas Reichenberger und so. Ja. Ja. Es gab, glaube ich, noch so ein Büffel da vorne im Sturm mal, ich weiß nicht, wie lange er dort war, aber ich glaube, Kotulia schießt er, der sagt mir noch was, äh, Osnabrück. Marc Haider. Marc Haider, ja. Ja. Ja, es gibt schon so ein paar, paar Klassiker, die man, die man dann mit Osnabrück verbindet, auf jeden Fall. Ja. Ja, auch hier, äh, Kevin Kampel, der hat ja auch bei Osnabrück gespielt, äh, auch mit uns damals. Oh, der ist mir richtig auf den Sack gegangen, weil der so gut war, muss ich mal sagen. Ja. Ja, auch einer meiner ehemaligen Buddies hier in Darmstadt, der Dennis Schmidt. Ja. War ja auch in Osnabrück. Ja. Hat da, ähm, seine Spuren hinterlassen. Ja. Ja, gab immer mal wieder interessante Spiele auch beim VfL. Ja, interessant. Du hast ja vorhin ja meine Bilanz angesprochen. Ja. Du hast, äh, absolut recht, äh, gegen Osnabrück habe ich, äh, nie gewonnen. Zumindest nicht, wenn ich, ähm, ähm, im Kader war. Ja. Äh, äh, fünfmal gespielt, tatsächlich, äh, zwei Niederlagen, drei Unentschieden. Aber jetzt halte ich fest, ich habe an der Bremer Brücke nie verloren. Ja. Dreimal Unentschieden. Nein. Naja, siehste, dann ist ja die Ehre quasi in dem Sinne gerettet, ja, schiedlich-fruchtlich. Ja. Also ich glaube, dass es, äh, nicht viele, äh, Spieler gibt, ähm, die dreimal an der Bremer Brücke gespielt haben und nie verloren haben. Das stimmt. Aber, also ich weiß, dass ein Einsatz über 90 Minuten und die anderen waren aber auf jeden Fall ein bisschen kürzer. Das, äh, muss man immerhin zur Genauigkeit beitragen, ne? Ja, das war ja, ähm, ja, nicht immer der Mann für 90 Minuten. Ja, das stimmt. Aber, also trotzdem meine ich ganz ernst, Hut ab. Wie du sagst, muss man, also, das ist ja auch in diesem Stadion nicht leicht. Und jetzt haben wir noch zum Schluss, natürlich fragen wir auch immer, mal umgedreht, was verbindet ihr denn, äh, mit den Lilien? Und, ähm, das, Toni, ist eine überragende, äh, Sache, die der Carsten jetzt sagt. Da war ich nämlich auch da und das ist grandios. Also die Antwort ist ein bisschen länger. Äh, könnt euch drauf freuen. Er sagt viele geniale Sachen und hinten raus, ich hab mich weggeschmissen, weil ich hab da überhaupt nicht mehr dran gedacht. Äh, und ich glaube, ich hab da überhaupt nicht mehr dran gedacht und ich glaube, einige von euch werden jetzt sich auch wieder erinnern und richtig lachen. Achtung. Ja, also über 40 Jahre den Bölle so oft besucht. Fast jedes Spiel bin ich dort vor Ort gewesen. Schlimm war es allerdings Mitte der 70er. Da ist unser Bus verspätet in Darmstadt angekommen. Auf dem Samstag Nachmittag dann, ähm, gingen die Busflutüren auf und dann meinten einige Darmstädte uns relativ freundlich begrüßen zu müssen. Da hat's ein bisschen geklappert vorne. Dann sind wir rausgegangen, da ist es schon nass geworden. Das Stadion hat ja damals, ähm, genau wie unsere Ausgabe heute kein Dach über den Kopf gehabt für die Gästefans und, äh, dementsprechend hat's weitergerechnet und wir haben ein freundliches Ergebnis in Form von 1 zu 7 mit aufs Dach bekommen. Das war dann auch klasse. Ich glaube, Peter Ciesto-Nago hat uns alleine da ein paar Dinger eingeschenkt. Ja, und dann gibt's natürlich noch ein paar Auswärtsspiele, die etwas neueren Datums sind, äh, wo Osnaböcker Fans sich vielleicht nicht ganz da benommen haben und der Stadionsprecher in Darmstadt sagte, liebe Osnaböcker Fans, bitte benimmt euch, sonst kommt der Hund. Das war ein richtig geiler Satz, der uns, äh, jahrelang verfolgte. Wir wollten immer den Hund interviewen in Darmstadt, der dann unsere Fans, äh, belehren wollte, sich besser zu benehmen. Das war Weltklasse. Ja, und wie gesagt, äh, da hat sich ja jetzt einiges getan am Bölle. Ein modernes, schönes Stadion geworden. Schön, äh, stimmungsmäßig, äh, laut ist es dort. Und wie gesagt, Darmstadt hat ja einen tollen Weg genommen. Ähm, ansonsten fahr ich sehr gerne wieder zum Bölle hin, am liebsten in der zweiten Bundesliga. Und, äh, ja, viel Glückwunsch bei euch. Grandios. Und ich glaube, um das zu präzisieren, was der Carsten da sagt, der Wortlaut war, wenn ich mich richtig erinnere, sonst wird der Hund eingesetzt. Und ich hab das, ich hab das ganz vergessen, aber als er das jetzt gesagt hat, ich musste so lachen für mich selbst, als ich das, als ich diese, als ich diese Antworten geschickt bekommen habe, dann sonst wird der Hund eingesetzt. Und ich glaube, es war dann damals noch der Henry, Henry Stein, der das auch so gesagt hat. Äh, also, wenn ihr es hört, schreibt doch auch nochmal, wenn ihr es noch genauer wisst. Ähm, das könnte, äh, das könnte die erste Drittligasaison gewesen sein, die Rückkehr. Ich glaube, da haben wir am ersten Spieltag gegen Osnabrück gespielt und, glaube, 0-1 verloren, wenn ich mich nicht täusche. Ne, 1-0 gewonnen. Ich weiß schon gar nicht mehr. Äh, jedenfalls, vielleicht bringe ich jetzt auch alles durcheinander, es kommt mir gerade nur, Trainer Uwe Fuchs oder so. Ähm, und, jo, dann wurde mit dem Hund gedroht. Also, grandios. Und an der Stelle vielleicht als letztes noch, äh, wegen Osnabrücker Trainern, da haben wir natürlich Klaus-Dieter Wollitz jetzt, äh, noch ganz vergessen. Und das hatte ich in irgendeiner Folge schon mal erzählt, ist aber schon ein bisschen her. Im alten Bölle ist ja der, 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 der Presseraum quasi direkt neben der Gästekabine gewesen, ne. Das weißt du ja noch, äh, selbst aus, 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 aus besten Erinnerungen. Und da haben wir mal gegen den hochfavorisierten VfL Osnabrück 1-0, wenn ich mich nicht täusche, gewonnen. Ähm, der wurde damals von, eben, Pele Wollitz trainiert. Ich glaube, das könnte ein oder zwei Saisons später gewesen sein, von dem Hundereignis. Ähm, und da, das war ja so hellhörig da. Und der Presseraum saß wirklich voll für damalige Drittliga-Verhältnisse auch. Und Toni, du hast je das Wort verstanden von dem, wie der Pele seine Leute da runtergemacht hat. Aber, aber frag nicht wie. Mit Schimpfwörtern. Und was das, also, was das für eine Scheiße hier sein soll, ist wirklich das Liebste von allem gewesen. Und alle saßen da und haben kein Wort gesagt, damit man auch, ja, alles hört. Da hat, und der hat da einen Wutanfall gehabt. Der hat sicherlich sieben, acht Minuten am Stück hat er da rumgebrüllt. Gut, dann war Ruhe. Und dann kam, macht tapp, 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 die Tür geht auf. Hallo, guten Tag, guten Tag. So, so, weißt du, eben noch der Wüterich vor dem Herrn. Und dann so, so den Seriösen da gemacht. Also, das, das war, das war, das war grandios, ja. Und ein letztes auch noch vom Matze, weil die sind ja zu zweit, was er denn mit uns verbindet. Darmstadt 98 hat 2013 ja mit uns in der Dritten Liga gespielt. Damals haben wir 1 zu 0 bei euch verloren. Wir waren im Aufstiegskampf, wir waren im Abstiegskampf. Seid dann ja auch eigentlich abgestiegen in der Saison und habt dann ja, glaube ich, nur durch einen Lizenzentzug, war es 1860 München oder war es Kickers Offenbach? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Traurig noch die Liga gehalten und dann seid ihr ja durchgestartet. Dann zweite Liga, dann Bundesliga, dort sogar die Klasse gehalten und das habe ich sehr bewundert. Das fand ich sehr geil, weil da habe ich so gesagt, wenn du jetzt ein Darbstadt-Fan bist, hast du eigentlich alles erlebt. Jetzt kannst du sterben, so nach dem Motto. Bundesliga gespielt, Anja sogar die Liga gehalten damals unter Dirk Schuster und das sind so Erinnerungen auch damals, was ich sehr bewundert habe, was ich auch ein bisschen gefeiert habe. Auch der Aufstieg damals in die zweite Liga gegen Bielefeld, diese Dramatik, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Da habe ich vom Fernseher so ein bisschen mitgefiebert und ja, ansonsten bei uns habt ihr 2019 gespielt. In Osnabrück, damals haben wir euch 4-0 geschlagen und das ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne Erinnerung an Darmstadt 98. Ja, dankeschön für dieses, für das Ding hinaus. Aber an der Stelle erst mal herzlichen Dank an euch beide, dass ihr uns hier Rede und Antwort gestanden habt. Lieber Mats und lieber Carsten, richtig, richtig cool. Und Toni, siehst du mal, also da, also was ihr nicht nur uns, sondern irgendwo auch ganz Fußball-Deutschland damit geschenkt habt mit diesem Bielefeld-Spiel, also ne, da wird man ja heute noch irgendwie drauf angesprochen, beziehungsweise jetzt wieder das Beispiel dafür, also richtig geil, oder? Ja, absolut. Also letztens ist auch bei mir bei YouTube wieder diese, diese Doku aufgeploppt. Ich wollte eigentlich nur mal kurz reingucken, habe es mir dann natürlich wieder ganz angeschaut. Ähm, ja, das war schon, also das ist so der, glaube ich, der Special Moment, ähm, für mich natürlich. Habe ich auch immer so erzählt, dass für mich der Aufstieg in die zweite Liga noch mal besonderer war, als der Aufstieg in die erste Liga. Sagt aber jeder. Sagt auch jeder halt. Ja, dass es halt in Darmstadt wahrscheinlich die nächsten 20, 30 Jahre nicht vergessen wird. Und wenn man dann so Geschichte noch von ganz Fußball-Deutschland hört, ähm, ich glaube damals auch, wenn ich es aus der Doku sogar noch richtig in Erinnerung habe, wurde das natürlich auch in viele andere europäische Länder, äh, übertragen, dieses Spiel. Und ich glaube, dass, ähm, ja, so viele Menschen dieses Spiel gesehen haben, die das vielleicht immer noch mal irgendwo im Hinterkopf immer mal ausgraben und sagen können, hey, das war, wahrscheinlich eins der spannendsten, äh, Relegationsspiele, die es, die es dann vielleicht auch jemals gab. Klar, jetzt haben wir ja letztes Jahr auch wieder sowas erlebt mit, ähm, Bochum und Düsseldorf, gell. Das ist dann dann schon krass, wenn man, wenn man solche Ergebnisse drehen kann. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, wir waren ja irgendwo alle ein Stück mittendrin und, ähm, ja, das bleibt und ist natürlich immer was Besonderes daran zu denken. Ja, absolut. Also dann, ähm, ja, VfL Osnabrück, die Bremer Brücke. Ähm, wir haben uns jetzt schon drauf geeinigt, auf jeden Fall Kultstadion hat seine Berechtigung, hier in unserer Liste zu sein. Jetzt mit den ganzen Details, die wir jetzt auch, ähm, erfahren haben. Jetzt kommen wir mal zu den Punkten. Und zwar habt ihr, achso, an der Stelle muss ich natürlich wieder sagen, Toni, du wirst es ja nicht glauben, dadurch, dass der Matze und der Carsten das auf ihrem, äh, Kanälen geteilt, äh, auf ihrem Kanal geteilt haben bei Instagram, Stadionssprecher des VfL, äh, Osnabrück. Es waren die ein oder anderen Menschen aus Osnabrück, die abgestimmt haben. Auch ihr, mit mir und unsere Freunde aus Saarbrücken. Ihr seid außer Konkurrenz. Weil, ich hab's gegen Saarbrücke schon gesagt, ich wär ja schwer enttäuscht, wenn irgendein VfL Osnabrück-Fan weniger als eine 10 gegeben hätte. War auch nicht der Fall. Aber das verbessert natürlich. Und, äh, man kann ja die Leute so in aller, allergrößter Regel zuordnen, ähm, ne? Und deswegen, es tut mir leid. Also, ihr habt natürlich 10 von 10 gegeben, ist doch klar. Aber ich hab's mal ein bisschen aussortiert. Und, ähm, Toni, dann gucken wir doch mal, was das Publikum gegeben hat, ja? Unsere Hörerinnen und Hörer. Und zwar, achso, vielleicht kurz noch zum Vergleich, das Ranking. Wir haben's beim letzten Mal übrigens auch, äh, falsch, in dem Sinne falsch gesagt, weil wir unsere Wertungen jeweils vergessen haben, Toni. Wir haben nur, äh, eure Wertungen genommen. Aber, also aktuell auf Platz 1, Ruhrstadion, VfL Bochum, 8,5. Dicht gefolgt, Rhein-Energie-Stadion Köln, 8,2. Und der Ludwigspark mit einer glatten 7, ne? 10 ist ja das Höchste. So, jetzt die Bremer Brücke. Was hat das Publikum gegeben? Eine 8,2. Und jetzt, Toni, frage ich dich, was gibst du? Und wieso? Also, ich, äh, bewerte oder kann natürlich nur das bewerte, was ich, was ich selbst erlebt habe. Ich war tatsächlich noch nicht als, ähm, Fan und Zuschauer dort. Deswegen kann ich zum enge Gästeblock und, äh, Toilettesituation natürlich nichts sagen. Und ihr wisst alle, dass ich den, den Kult eben lieb. Und für mich sind da eben die Erinnerungen so stark, weil ich, ja, enge Stadien liebe, weil ich wilde Zuschauer liebe, weil ich wilde Zweikämpfe lieb im Spiel. Und Osnabrück dann doch auch, ähm, ja, in aller Regel natürlich auch spielerisch, äh, in der dritten Liga oft wirklich eine, eine tolle Mannschaft, äh, war und hatte. Ähm, aber eben auch außerhalb des Spielerischen eben auch gerne über Zweikämpfe und Kampf gekommen ist. Und, ähm, ich muss hier, ich muss hier einfach eine, eine Neuen geben, weil ich von der Atmosphäre her und, ähm, die Spiele, wie ich mich selber darauf gefreut habe, immer in Osnabrück zu spielen, kann ich, kann ich nicht weniger als eine Neuen geben. Ich müsste sogar vielleicht fast sogar, ne, ich gebe eine 9,5. Also das ist für mich schon immer was ganz Besonderes gewesen. Deswegen 9,5 von mir. Wow. Eine 9,5. Das ist ja, das ist ja schon krass. Also so, das ist ja wirklich nah an der Perfektion. Ja. Ja. Und, ähm, ja, da bin ich jetzt mal gespannt, äh, was dabei rauskommt. Ähm, und zwar, ähm, 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 ich will noch kurz, äh, äh, einen, äh, einen Satz dazu sagen hier zum, äh, wie die 8,2 vom Publikum zustande gekommen sind. Das habe ich eben noch vergessen. Entschuldige, Toni, das will ich gerade noch dazufügen. Es gab echt viele, auch Zehner, ja. Es gab auch viele, viele Zehner. Einige Neuenen, viele Achter, aber auch einige Fünfen. Echt einige Fünfen. Äh, und sogar, äh, ich glaube, einmal eine 4. Nee, ja, einmal war's. Und, äh, eben die Begründung war auch, dass, ähm, ja, bist du zu abgefuckt für manchen, ne, Toiletten und so weiter. Gästeblock ist natürlich unsere Sicht, aber darum geht's hier ja auch. Ist ja auch unser Ranking hier. Und deswegen ist in Anführungsstrichen eine 8,2, was aber immer noch krass ist, ne? Also immer noch super. Jetzt mit deiner 9,5. Und ich, äh, ja, ich bin hin und her gerissen, ähm, und ich, äh, muss, glaube ich, weil ich, ähm, ja, ich bin hin und her gerissen. Ich bin ein Riesenfan von dem Stadion, auch wenn man's mit, mit anderen im, im Vergleich sieht, sozusagen, ähm, aus genannten Gründen, weil's so eng ist, weil's so original ist. Ähm, der Fabian, von dem ich vorhin erzählt habe, der, äh, hat, äh, weißt du, die eine Kurve ist doch offen da, quasi, beziehungsweise steht da die Anzeigetafel neben dem Gästeblock und dann, äh, was ist das dann, die, äh, Nord, müsste das ja dann sein, wenn ich mich nicht täusche, Nordtribüne, diese neuere. Und da ist ja, ähm, der, so eine, diese, diese Ecke frei, wo die Anzeigetafel ist, wenn ich mich nicht täusche. Und da sind ja Häuser dahinter, die sieht man ja auch. Und er hat da, glaube, in einer WG gewohnt oder, ich glaube, es war eine WG. Und hat von dem Balkon immer da, da, äh, darüber gucken können, ne? Und ein bisschen auch was vom Stadion sehen können. Wie geil ist das denn auch, ne? So ein bisschen auch wie in der Grünwalder Straße. Das werden wir natürlich auch noch nehmen. Wurde jetzt auch schon mehrfach gefordert. Und, ähm, ja, ich find das auch einfach mega geil. Und, ja, mir ist das Ganze sympathisch. Und, ähm, Gäste, äh, ja, Abzüge ist tatsächlich so ein bisschen, so als, als Gästefan ist es schon manchmal ein bisschen schwer da gut zu sehen. Und von daher, ja, ich bin, glaube ich, bei einer, im Ganzen, bei einer 8,5. Und jetzt kommen wir dann raus, damit haben wir tatsächlich einen neuen Spitzenreiter in unserem bislang vier, vier Stadien fassenden Ranking, die Bremer Brücke mit 8,7. Ja, das ist stolz. Stolze Punktzahl. Ja, weil du wirklich an der Perfektion vergeben hast, ne? Echt geil. Echt krass. Also, mega. Vorher verlassener Brück, wir verneigen uns, ja, vor eurer alten Hütte. Und, ja, es ist wirklich, wie ist das da, wenn man da aus dem, aus dem Tunnel da rauskommt? Das ist da, das ist aber in der, unter der neuen, ne? Der neuen Tribüne, da kommt man raus. Ja. Ja, es ist schon, es ist in jedem Stadion irgendwo was Besonderes, gell? Wenn man aus dem Tunnel kommt, das muss man schon sagen. Ich, da würde ich jetzt, würde ich jetzt weniger den Hebel ansetzen, äh, wo es jetzt nochmal irgendwie ganz besonders wäre, irgendwo rauszulaufen. Aber klar, wenn du ein stimmungsvolles Stadion, ein enges Stadion hast, ähm, wo dann viele, viele Zuschauer da sind, dann ist es natürlich nochmal was anderes, wenn du da aus dem Tunnel kommst. Aber es gibt jetzt unterm Strich trotzdem irgendwie coolere Spielertunnel, logischerweise. Ja. Die, die, wenn ich jetzt an St. Pauli zum Beispiel denke, das würde ich dann nochmal ein bisschen höher hängen. Ja, oder rein vom Spielertunnel in Cottbus, ne? Ist ja auch irgendwie geil da. Ja, richtig. Das ist ja auch ganz, ganz außergewöhnlich. Ja. Es spielen viele Faktoren da irgendwo eine Rolle. Also klar, ähm, liegt es dann schon auch mit am Stadion, dann spielt die Musik eine Rolle, dann spielt das Innenleben vom Tunnel eine Rolle, äh, und so weiter und so fort. Ähm, da, da würde ich jetzt die Punktzahl, glaube ich, nicht ansetzen wollen. Aber aus dem Spielertunnel insgesamt rauszukommen, ist immer was Besonderes. Ja, ja, okay. Aber wie gesagt, ich, ich bin ein Riesenfan von der Bremer Brücke, wie jetzt von allen Kultstadien natürlich, die wir hatten. Das ist natürlich ein Riesenniveau, über was wir hier sprechen. Wir wollen natürlich auch nur wirklich die, die besprechen, die das in irgendeiner Form auch Kult verdient haben. Also, ja, Glückwunsch quasi zum aktuellen Spitzenreitertum, ja. Also vom Toni eine 9,5 zu bekommen, das ist richtig krass. Und auch sonst, ähm, ja. Also ich, ich liebe diese Kategorie einfach. Ich liebe es, über die Stadien zu sprechen und so tief da einzutauchen und auch uns so viel Zeit dafür zu nehmen. Also ich finde es, äh, einfach geil. Ich bin gerade mal wieder begeistert hier. Ja, hoffentlich, ähm, sind wir das auch, äh, dann am, am Sonntag. Toni nach dem Spiel gegen FCN. Ähm, ja. Was erwartet uns da? Vor allem erstmal, natürlich, natürlich nimmt er da so viel Aufmerksamkeit da ein. Einfach, weil er Miro Klose ist, der da an der Seitenlinie steht. Also es ist einfach doch irgendwie geil, oder? Ich gönne es ihm, dass er da jetzt angekommen ist. Ja, absolut. Also ich glaube, er war einer der Größten, die wir, ähm, für die deutsche Nationalmannschaft hatten. Und, ähm, er war einfach auch immer und ist natürlich auch immer ein sympathischer Mensch gewesen, der zumindest aus meiner Sicht nie irgendwie durchgedreht ist, immer auf dem Boden geblieben ist, immer auch eher, glaube ich, im Hintergrund, äh, oder sich nach hinten gestellt hat, andere nach vorne geschoben hat. Das, glaube ich, auch nicht unbedingt immer mochte, äh, so im kompletten Rampenlicht zu stehen. Ganz anders als viele, viele andere Offensivspieler, sage ich mal, die, die da deutlich mehr, äh, Wert drauflegen und gelegt haben. Unfassbar sympathischer Mensch und ich glaube, dass der jetzt unabhängig davon, ob er jetzt als Trainer wirklich ein ganz Großer werden kann oder nicht. Ähm, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, er muss auch da, äh, seine Erfahrung einfach sammeln und hat schon Erfahrung gesammelt und wird da wahrscheinlich aus seiner Spielerkarriere und den bisherigen Stationen überall so ein Stückchen was mitnehmen und versuchen, das eben im Laufe der Zeit zu optimieren. Hängt natürlich auch immer viel mit der Mannschaft zusammen, äh, wie die funktioniert. Ich glaube, ähm, dass es auch viele Trainer gibt, die unheimlich viel von ihrer Mannschaft profitiert haben, ähm, Überraschungsteams, die dann, ähm, ja, Erfolg hatten und der Trainer natürlich dafür dann irgendwo steht. Aber nochmal zurück, ähm, jetzt zu ihm oder zur aktuellen Situation. Glaube ich, dass es für so einen Klub wie Nürnberg eben auch mal schön ist und für die Mannschaft, die eh mit dem, ja, Hintergrund der, der ganzen Fanszene, der ganzen Erwartungen, die, die Stadt, die die Fans, die dort schon immer vorherrschte, ähm, unfassbar gut tut, dass da jetzt jemand steht, der vielleicht wirklich so den einen oder anderen Scheinwerfer dann auf sich zieht und die Mannschaft vielleicht dann im, im Schatten etwas ruhiger arbeiten kann. Ich glaube, das, das, das tut dem Verein ganz gut und man hat es ja zumindest jetzt schon mal in Ansätzen dann gesehen, gell, dass sie, ähm, da eine vernünftige Mannschaft in der zweiten Liga stehen haben, dass sie, ähm, jetzt nicht im Vergleich zur Vergangenheit vielleicht nicht nur immer nur auf Namen setzen, sondern auch sagen, hey, passt mal auf, wir, wir haben hier auch irgendwo ein Konzept, eine Idee. Wir wollen jüngere Spieler dann auch weiterbringen. Wir wollen auch Spieler, die man vielleicht auf dem Papier erstmal überlegen muss, okay, woher kam der jetzt oder, ähm, wo haben sie den ausgegraben, dass, äh, dass das vielleicht der Weg ist, den sie jetzt auch mal gehen müssen, weil ich glaube, dass sie auch finanziell, ähm, sich in der einen oder anderen Saison auch mal ein bisschen überhoben haben und ich glaube, dann tut so ein Typ wie Miro Klose, der das Ganze so ein bisschen erdet, ähm, dann ganz gut, ähm, will jetzt da kein, kein Loblied, ähm, irgendwie singen, weil, ähm, ja, der Klub ist jetzt kein Verein, der mir besonders viel am Herzen liegt, auch wenn ich natürlich sagen muss, dass ich ein besonderes Erlebnis damals mit meinem ersten Zweitligator dort hatte, logischerweise, ähm, und dass der Hanno jahrelang dort gespielt hat, den ich übertrieben, äh, mag, ähm, das verbindet natürlich, hab natürlich auch mal, ähm, ja, ein Jahr bei Kreuter Fürth gespielt, da hast du natürlich auch noch mal eine ganz andere Auseinandersetzung im Klub, ähm, aber ich glaube, jetzt zusammengefasst, ähm, ist der Miro erstens mal ein geiler Typ, ein geiler Mensch, ähm, ich glaube, es ist auch so ein Mensch, wo sich jeder freut, wenn der im Stadion einläuft, egal, ob ich, äh, Nürnberg-Fan bin oder, oder dann als Gegner irgendwo gegnerischer Fan im Stadion bin, ist ein unheimlicher Sympathieträger und ich glaube, dass es dem Klub, ähm, hilft, sag ich mal, in schwierigen Zeiten dann so jemand vorne dran stehen zu haben. Absolut. Also, ich meine, da muss man doch auch einfach nur Fußball-Fan sein, um Miro Klose geil zu finden, zu respektieren, ja, mindestens mal, was der uns geschenkt hat, was der uns jahrelang in der Nationalmannschaft, also, da kann man ja auch niemandem böse sein, wenn man da so ein bisschen Fan-mäßig ist, oder? Also, das ist doch, das soll's doch sein, also, bei, ja, wir wollen das Spiel gewinnen, aber, hey, ich würde mich irgendwie freuen, wenn da auch Leute ihm applaudieren oder so, ne, also, keine Ahnung, oder wie wird es, wäre ja auch, keine Ahnung, wenn Jürgen Klopp jetzt zu uns da kommen würde, da würde man doch auch applaudieren oder so, ja, also, das ist doch so Leute, die uns so viel geschenkt haben irgendwo, das ist doch, also, haben wir, also, so viel Sportsmann und irgendwo Fan ist man doch, oder? Ja, also, wer da pfeift, das kann ich da jetzt auch nicht verstehen, ne? Diese, diese Geschichten, die die Trainer betreffen, passieren ja auch vor dem Spiel. Christian Streich hatten wir ja auch, ne, als wir da applaudiert haben. Richtig, ja, und ich glaube, dass vor dem Spiel immer noch genug Zeit ist für, für, was heißt Anstand, der da nicht klatscht, heißt nicht gleichzeitig, dass er keinen Anstand hat, aber diese, diese, diese Sympathie zu zeigen, da haben wir ja genug Zeit, äh, vor dem Spiel das zu tun und während der 90 Minuten, ähm, ja, ist das, sieht das natürlich anders aus und dann kommt es natürlich darauf an, auch wie er sich benimmt in unserem Stadion, gell? Ja, klar. Da wollen wir natürlich jetzt, äh, sonst wird auch mal ausgepfiffen, der Miro, da muss er sich auch dran gewöhnen. Absolut, wenn der da den Aff machen würde, ne? Natürlich, aber davon gehe ich jetzt mal nett aus. Also, das würde ihm wenig ähnlich sehen. Aber gut, wer weiß, wie er jetzt als Trainer ist, das weiß man ja nicht und auch als Spieler war er ja auch mal giftig und so, aber wie du sagst, es geht ja jetzt, also, äh, 90 Minuten oder plus x, also da, äh, will ich, will ich gewinnen. Punkt, ne? Aber einfach dem, den Respekt zu zollen, den er sich verdient hat, das, äh, finde ich, äh, das kann, kann auch jeder Fußball- und Lilien-Fan, ähm, sollte das, äh, nachvollziehen können und idealerweise machen. Naja. Ja, ja, jedenfalls, ähm, ja, wie du sagst, wenn man sich einmal, nur mal einen Blick auf den Kader wirft, ne, wen die da so haben, weiß ich nicht, Janni Serra, Lukas Schleimer, Florian Pick, dann, äh, Stürmer aus, aus Japan, Okonuki, das sind ja auch schon, also gut, den Okonuki, den kannte ich jetzt nicht, aber der hat ihn auch schon getroffen, die drei davor, die kennen wir, ähm, dann hast du Florian Flick, Thailan Duman, Jens Kastrop und dann haben die ja hinten, ähm, äh, hinten in der Abwehr auch einen ganz Jungen, der da Stammspieler ist, Finn Jeltsch, ich glaube, der ist ach, 18 ist er, und Robin Knoche und Enrico Valentini, Danilo Suarez, äh, das ist ja, das sind ja wirklich krass verdiente Leute dann auf der anderen Seite wieder, also wie du sagst, das sind jetzt nicht die krassen, äh, Namen aller, keine Ahnung, Davy Selke oder sowas, ähm, aber das ist eine Top-Mannschaft und, ähm, ja, Christian Martenia, unser alter, ähm, Freund, der spielt nur im DFB-Pokal, sie haben einen jungen Torhüter hinten drin, ähm, der heißt Jan Reichert, ja, also ich bin, das ist eine spannende Mannschaft, spannendes Projekt und dann haben sie ihren, ja, ne, ihren, ihren, ihren argentinischen Liebling ja jetzt auch wieder geholt, äh, äh, Javier Pinolab, der hat, Toni, der hat gegen euch noch in der zweiten Liga, als ihr die 3-0 abgezogen habt, hat er ja auch noch gespielt und ich hab ein überragendes Foto noch irgendwo, weil danach er, und wie hieß denn der, der Däne, das war ein Däne, Jan Christiansen, nee, der andere, der jahrelang da gespielt hat, auf der Acht oder auf der Sechs, die haben sich, nee, Jan Pollack war's, glaube ich, das war kein, das war hier der Tscheche, Jan Pollack, Jan, Jan, Jan Pollack, der war aber Achter und Sechser, genau, mit Thomas Galasek unter anderem, glaube ich schon, ja, egal, jedenfalls, also, äh, Jan Pollack und, äh, Javier Pinola haben nach dieser 0-3-Rutsche, die ihr den da, äh, verpasst habt, haben die danach noch, an so einem, hier, an einem von den Alten auch noch, von den Schwenkgrills, vom Stolz, haben die sich noch eine Paprikaburst danach reingezogen, ich hab das Foto noch, ich hab die da gesehen, denen war das, ne, mit ihren FCN-Trainingsjacken da, das, die, die hatten die Schnauze sowas von voll, die waren da ja auch favorisiert und so, ne, das habt ihr ja mega gut gemacht, war das nicht dieses zwei, äh, nee, das zwei, oder, oder, Kopf, Abwehr, Kopfballtore von Brecherie und Sulu war gegen FSV Frankfurt, dieses 4-0, glaube ich, wo das so viel war, weiß schon gar nicht mehr, wer die, ich glaube, Kempe per Elfer oder sowas, äh, wenn ich mich nicht täusche, egal, jedenfalls, ähm, 3-0-Rutsche und die haben dann erstmal die Paprikaburst gefuttert, genial, genial, ja. Ja, die hatten immer schon eine, eine Mannschaft mit, mit wirklich auch namhaften Spielern, das haben die ja jahrelang im Prinzip verfolgt, ähm, ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein kompletter Umbruch ist und da gar kein Name mehr steht, aber ich glaube so diese, du hast ja einige Spielernamen genannt, ich glaube so eine, so eine extreme Mischung zwischen total erfahren und, äh, total jungspund hat man selten gesehen, also, ist ja wirklich entweder bist du in der Mannschaft irgendwie 32 gefühlt oder bist du 18, ja, und dazwischen gibt es vielleicht noch einen, ja, also, ich weiß nicht, vielleicht stellt der Miro auch noch Alter auf, ich weiß es nicht, aber es ist schon, ähm, ja, schon, äh, schön zu sehen, dass, äh, es viele Mannschaften jetzt mittlerweile gibt, die, ähm, ja, auch die jungen Spieler eben, ähm, ja, fordern und fördern und das sieht man bei uns ja auch, wenn man so einen Clemens Riedl sieht, der jetzt schon in seine x-te Saison bei uns geht, ähm, kann man eigentlich fast nicht mehr wegdenken und das macht einfach Spaß, wenn, wenn Trainer dann auch, sage ich mal, die, ich sage es jetzt einfach, Eier in der Hose haben, auch den jungen Spielern im Prinzip ihre, ihre Möglichkeiten zu geben. Ja. Will noch mal zurück auf meine Vergangenheit, als ich angefangen habe, da hat es, äh, tatsächlich noch eine Rolle gespielt, also, da haben die Älteren halt immer von Anfang an gespielt und da hat halt Erfahrung unheimlich viel gezählt und heute, glaube ich, ist es so, dass, ähm, ja, wenn auch 18-Jährige ihre Leistung bringen im Training und, ähm, funktionieren, dann sitzt halt auch vielleicht mal der erfahrene 30-Jährige auf der Bank, der schon 200 Zweitligaspiele hat und das finde ich einfach schön und, ähm, ja, wenn man dann aufs letzte Wochenende guckt, zumindest vor dem Pokal, dann, äh, Schalke 3-1 zu besiegen ist natürlich jetzt auch, macht man auch nicht im Vorbeigehen und, ähm, das sollte dann für uns auch die Warnung sein, dass, ähm, ja, dass man wirklich, äh, 100% brauchen für dieses Spiel, gell? Ja, die brauchen wir auf den Rängen wie auf dem Feld und ich habe richtig Bock, ähm, ich habe richtig, richtig Bock bei hoffentlich tollstem, ja, Spätsommerwetter jetzt mittlerweile hoffentlich, äh, da ein super Spiel zu sehen und wird, ist ja auch voll Nürnberg, wenn du sagst, das vielleicht als letztes Wort noch, ähm, bevor wir tippen, ich mag den FCN ja total, habe ich, glaube ich, ja hier auch schon öfter mal gesagt, ich hab, äh, ich mag die Franken einfach gerne, äh, allein den Dialekt, äh, ist einfach immer genial, ich mag auch die Leute, die sind immer mal so ein bisschen grumpy so, äh, nach außen, aber ich finde die geil, ich meine, du hast da ja in Fürth, du weißt das ja, äh, äh, hast du gespielt, hat auch mal so ein bisschen Verbindung da in die aktive Fanszene vor Jahren, das ist schon, das ist schon krass da, also das ist schon, diese Kurve da in Nürnberg, das ist ja auch noch eine richtige Kurve, ich finde die auch einfach immer geil und Frankenstadion, kommen wir zum Kultstadion bestimmt auch noch. Na gut, okay, Toni, was tippst du? Puh, ich finde es unheimlich schwierig, äh, wie eigentlich wahrscheinlich jedes Spiel in dieser Zweitligasaison, man muss immer beide Seiten so ein bisschen sehen, ich glaube, dass wir in den ersten zwei Spielen wirklich richtig gute Phasen hatten, ja, und uns vielleicht sogar das Häuschen ein bisschen selber eingerissen haben, mit unseren Fehlern, die wir gemacht haben, und ich glaube, das ist das Entscheidende am Ende in der zweiten Liga auch, weil doch viele Mannschaften auf einem ähnlichen Niveau sind, dass dann, äh, die Mannschaft gewinnt, die wahrscheinlich weniger Fehler macht. Hm, Nürnberg ist aus meiner Sicht, finde ich, ist ein Topstart, also wenn auch das erste Spiel 2-0 geführt gegen KSC und dann das Spiel irgendwo noch aus der Hand gegeben, wenn du dann eine Woche später gegen Schalke 1-0 hinten liegst und das Ding dann am Ende noch drehst und 3-1 gewinnst, dann zeigt das aus meiner Sicht, dass da schon ganz viel passt vielleicht sogar. Total. Ich setze jetzt einfach trotzdem drauf, dass wir aus diesem Sieg, den wir nach unzähligen Pflichtspielen zum, endlich mal wieder geschafft haben, dass der uns Selbstvertrauen gibt und meine auch, dass Nürnberg eben auswärts auch immer so ein bisschen ihre Schwierigkeiten mitbringt und tippt deshalb auf ein 2-1-Sieg für unsere Lilien. Mega. Da würde ich jetzt einfach mal ganz positiv Richtung Sonntag blicken. Sehr gut. Ich mache jetzt mal dich. Ja, heute sind die Rollen mal umgekehrt, sonst bin ich ja oft hier der Optimistische und du bist, sagen wir mal, der eher realistische bis Skeptische manchmal. Diesmal bin ich es in dem Sinne nicht. Auch da, du entschuldigst dich manchmal auch dafür. Ich will mich nicht entschuldigen, ich will es nur erklären. Ich glaube einfach, dass die Mannschaft, unsere Mannschaft ist super, super Anlagen, aber ich glaube, die müssen sich noch finden und du hast gerade gesagt, die Mannschaft, die weniger Fehler macht. Ich glaube, dass uns doch durchaus ein oder andere vielleicht noch passiert und ich glaube, Nürnberg, die haben da jetzt auch in Saarbrücken, ja, ich glaube, die sind gut, die werden Fehler ausnutzen. Ich glaube aber auch, dass wir dagegenhalten, dass wir eine gute Leistung zeigen und am Ende 2-2, weil das eine starke Mannschaft ist, meiner Meinung nach. Aber, ey, wie immer. Also, das Spiel spricht auch viel für einen Sieg, den nehme ich auch gerne, aber ich will nur auch damit sagen, ey, Nürnberg ist echt keine Laufkundschaft, also gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und mit den Fans auch noch dabei, die auch wieder zahlreich da sein werden. Also, deswegen sage ich jetzt hier einfach mal 2-2. Schauen wir mal. Ja, ein 2-2 würde ich unterm Strich vielleicht auch nehmen. Sieg ist mir natürlich lieber, wie wir wahrscheinlich auch. Und du musst dich für gar nichts entschuldigen. Wir haben ja oft zumindest einer von uns dann immer so ein bisschen ein gutes Gespür gehabt, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt. Aber dann freue ich mich total auf Sonntag, auf euch alle und dann Toni, vielen Dank. Jetzt haben wir doch schon wieder eine längere Folge, aber das macht nichts. Fühlt sich einfach mega an gerade. Und ja, ich wünsche dir eine schöne Woche und euch allen da draußen auch. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle in alter Frische bei einem tollen Tag, Sonntag am Bölle. Ich danke dir auch. Ich wünsche euch auch noch eine schöne Woche. Ist ja jetzt noch lang bis zum Spiel. Deswegen kann die Vorfreude jetzt so langsam losgehen. Colin, danke für die Folge. Und nächste Woche würde ich sagen, wieder gewohnt im Wochenrhythmus, mein Freund. Ganz genau. Und gerne folgen und bewerten und kommentieren. Haben wir gesagt, macht's gut. Bis dann. Tschüssi. Tschüss, tschüss.